Die drei Fragezeichen Der schwarze Skambion Der Tod im Sand Wahnsinn! Einfach Wahnsinn! Peter griff sich fassungslos in den Kopf. Habt ihr diesen gnadenlosen Schmetterschlag gesehen? Der kam ja fast senkrecht hinterm Netz wieder runter. Wahnsinn! Der Typ kann einfach abartig hochspringen. Bob zeigte auf den braun gebrannten Spieler, der sich eben mit seinem Partner abklatschte. Deswegen kommt er mit der Hand auch so gut wie den Ball. Ja, wie ein Flommi! Peter hatte sich noch immer nicht beruhigt. Der muss Sprungfielen in den Beinen haben. Jetzt wird's eng für die Brasilianer. Die sind fertig! Peter nickte zuversichtlich. Wirst schon sehen! Die kommen nicht mehr zurück! Justus folgte dem Treiben auf dem sandigen Spielfeld genauso wenig wie der Unterhaltung seiner beiden Freunde. Ihm war einfach nur heiß, unsäglich heiß. Die Bilder und Farben verschwammen allmählich vor seinen Augen, und er glaubte, förmlich riechen zu können, wie die Sonne seine Haut verbrannte. Überall trat ihm der Schweiß aus den Poren, floss in die schmalen Rinnseilen den Rücken hinab und über die Speckkörchen an seinen Bauch und versickerte schließlich im Bund seiner Ballhose. Und außerdem war es hier viel zu eng und zu laut. Hunderte halbnackter Körper saßen dicht gedrängt hinter der Absperrung im Sand und brüllten sich die Seele aus dem Leib, um ihre Favoriten anzufangen. Und weil alle den Stars dieser Beachvolleyball-Weltmeisterschaft möglichst nahe sein wollten, quetschten sie sich immer weiter nach vorne und schoben sich dabei mehr und mehr zusammen. »Wie Ösardin«, dachte der erste Detektiv. »Nur, dass Ösardin nicht so schreien.« »Uneinig dauernd anrempeln«, frauchte er plötzlich und drehte sich um. Dort hatte sich ihm gerade zum wiederholten Male ein Knie schmerzhaft in den Rücken gebohrt. »Neunzehn zu zwölf!« Der Besitzer des aufdringlichen Knies strahlte Justus begeistert an. »Noch zwei Punkte und wir sind eine Runde weiter!« »Das ist zwar sehr erfreulich«, erbredete Justus gereizt, »aber noch lange kein Grund mehr jedes Mal ins Knie.« »Time-out!« rief Peter in diesem Moment und packte Justus an der Schulter. »Die weißen Brasilianer nehmen ihr letztes Time-out!« »Bitte?« Justus drehte sich wieder herum. »Verdammt!« fuhr Justus Hintermann auf und rammte ihm noch einmal das Knie in den Rücken. »Die Kerle wollen uns aus dem Rhythmus bringen!« Justus stöhnte ennervt und verdrehte die Augen. »Es war sinnlos! Einfach sinnlos!« »Diese Kniequäler hinter ihm würden es nie kapieren.« »Geht's dir gut?« Peter sah Justus fragend an, weil er nicht wusste, wie er diese leidende Mine deuten sollte. »Alles bestens!« Justus lächelte dünn. »Mordstimmung! Schön warm! Nette Leute! Einfach fantastisch hier!« »Nicht wahr?« Peter war in diesem Moment viel zu aufgeregt, um den ironischen Unterton in Justus Stimme deuten zu können. »Hier geht die Post ab!« »War wirklich eine prima Idee von euch, hierher zu kommen. Echt toll! Danke nochmal!« »Nicht zu danken!« antwortete Bob. »Gern geschehen!« Noch einmal zwang sich der erste Detektiv zu einem Lächeln, aber das mit der prima Idee sah inzwischen doch etwas anders. »Nicht zu danken!« »Hier geht's!« »Nicht zu danken!« »Gern geschehen!» »Nicht zu danken!«